Die Abenteuer des Eisbären Solider Informationsmüll Schreiben Sie mir übrigens eine E-Mail, wie ist Ihre Beziehung zum Fernseher? Ich habe online ein Unternehmen von Reisebloggern gefunden. Sie waren in Mexiko. Es war ein Strom. Diese Jungs tranken Tee und Kaffee und hatten Spaß und ich dachte, na, jetzt bin ich wieder Single und will das auch. Nein, nicht nach Mexiko. Ich bin ein Bär und gehe, wohin ich will. Ich stand auf, schaltete den Fernseher aus und machte mich auf den Weg. Willkommen auf dem Polar-Bär-Advent-Ures-Kanal. Eisbär der ersten Serie wandert durch die Stadt Eichangels. Komm mit mir auf einen Spaziergang durch die Stadt. Machen Sie mit bei meiner Anti-TV-Serie. Lass uns zusammen spielen. Lass uns den Schnee knirschen. Lass uns unsere Wangen einfrieren. Sehen und hören Sie sich meine Videos auf Englisch, Russisch, Italienisch, Französisch, Koreanisch und anderen Sprachen an. Abonnieren Sie den Kanal. Setzen Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal natürlich mit Geldkeksen und vergessen Sie nicht, auch den Eisbären zu füttern. Lass uns die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke, темпер Musik 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 Serienfilm Die Abenteuer des Eisbären Dieses Jahr traf ich das neue Jahr allein. Schneeverwehungen, Schneeringsung. Ich habe aufgehört, fernzusehen. Müde, all diesen Unsinn anzuhören, keine Logik. Solider Informationsmüll. Schreiben Sie mir übrigens eine E-Mail, wie ist Ihre Beziehung zum Fernseher? Ich habe online ein Unternehmen von Reisebloggern gefunden. Sie waren in Mexiko. Es war ein Strom. Diese Jungs tranken Tee und Kaffee und hatten Spaß und ich dachte, na, jetzt bin ich wieder Single und will das auch. Nein, nicht nach Mexiko. Ich bin ein Bär und gehe, wohin ich will. Ich stand auf, schaltete den Fernseher aus und machte mich auf den Weg. Willkommen auf dem Polar-Bär-Advent-Ures-Kanal. Eisbär der ersten Serie wandert durch die Stadt Archangels. Komm mit mir auf einen Spaziergang durch die Stadt. Machen Sie mit bei meiner Anti-TV-Serie. Lass uns zusammenspielen. Lass uns den Schnee knirschen. Lass uns unsere Wangen einführen. Sehen und hören Sie sich meine Videos auf Englisch, Russisch, Italienisch, Französisch, Koreanisch und anderen Sprachen an. Abonnieren Sie den Kanal, setzen Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal natürlich mit Weltschipsen und vergessen Sie nicht, auf den Eisbären zu füttern. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal, füttern Sie den Kanal. Lass uns die Glocke und füttern Sie den Kanal. Serienfilm Die Abenteuer des Eisbären Dieses Jahr traf ich das neue Jahr allein, Schneeverwehungen, Schneeringsum. Ich habe aufgehört, fernzusehen. Müde, all diesem Unsinn anzuhören, keine Logik. Solider Informationsmüll. Schreiben Sie mir übrigens eine E-Mail, wie ist Ihre Beziehung zum Fernseher? Ich habe online ein Unternehmen von Reisebloggern gefunden. Sie waren in Mexiko. Es war ein Strom. Diese Jungs tranken Tee und Kaffee und hatten Spaß und ich dachte, na, jetzt bin ich wieder Single und will das auch. Nein, nicht nach Mexiko. Ich bin ein Bär und gehe, wohin ich will. Ich stand auf, schaltete den Fernseher aus und machte mich auf den Weg. Willkommen auf dem Polar-Bär-Advent-Ures-Kanal. Eisbär der ersten Serie wandert durch die Stadt Archangels. Komm mit mir auf einen Spaziergang durch die Stadt. Machen Sie mit bei meiner Anti-TV-Serie. Lass uns zusammenspielen. Lass uns den Schnee knirschen. Lass uns unsere Wangen einfrieren. Sehen und hören Sie sich meine Videos auf Englisch, Russisch, Italienisch, Französisch, Koreanisch und anderen Sprachen an. Abonnieren Sie den Kanal, setzen Sie die Glocke und füttern Sie den Kanal natürlich mit Geldkeksen und vergessen Sie nicht, auch den Eisbären zu füttern. Lass uns die Glocke und füttern Sie den Kanal natürlich mit Geldkeks. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke. Lass uns die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke und füttern Sie die Glocke.